Monero in 60 Sekunden. Monero gehört zu den Kryptowährungen, ist also ein Zahlungsmittel, mit dem ihr online einkaufen und bezahlen könnt. Das übliche Kürzel für Monero ist XMR und Monero gibt es seit dem Jahr 2014. Was ist das Besondere an Monero? Monero ist eine komplette Neuentwicklung. Es basiert also nicht auf dem Programmierkern von zum Beispiel Bitcoin wie viele andere Kryptowährungen. Außerdem legt Monero einen sehr hohen Wert auf Anonymität. Man kann mit Monero tatsächlich komplett anonyme Transaktionen durchführen. Und die Programmierung des Miners ist sehr CPU-freundlich. Das heißt, man kann Monero auch sehr gut zu Hause am heimischen PC meinen. Von Monero sind 18,4 Millionen Einheiten vorgesehen. Die durchschnittliche Blockzeit liegt bei 2 Minuten und der Hashing-Algorithmus heißt Kryptonite. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website unter getmonero.org oder bei Twitter und Reddit. Das war Monero in 60 Sekunden. Die Präsentation findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr keine sehr nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.